Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Ich mache hier das Ding aus, ansonsten... ...laufe ich hier gleich ohne Batterie weiter. Ja, sowas ist alles bedacht. Gut, das ist eigentlich ganz nice dann. So, na gut. Ob das auf der Samasa-Ebene noch irgendwas ist. Ich kann sogar hier den Staudamm sehen von hier. Das ist ja interessant. Gut, da... ...hoff ich da jetzt schnell hoch. Aber eigentlich ist es ja wieder außerhalb von der... ...von der Map, ne? Das heißt, es wäre eigentlich schon wieder... ...das Gebiet. Sag mal, es regnet jetzt auch nur noch, oder? ...das ist doch schon ein bisschen nervig. Hätte mir eigentlich mal ein paar neue Sportsachen machen können. Wenn ich schon dabei bin. Aber... Das ist mir jetzt zu spät eingefallen. Das ist schon mal da. Auch viel zum Bauen. Viel für eine Wasserüberquerung. Potenziell... ...will das Spiel, dass wir den Wasser lang... ...slapp Wasser lang fahren. Aber... ...ja, Wasser ist halt auch einfach nervig, ne? Ich hatte das Spiel... ...ääh, ganzes Spiel lang nur die ersten Batterien und zwei Striche. Ich wollte nicht mehr kaufen, weil ich gesehen habe, dass das... ...so viel vom... ...Bild einnimmt. Hat aber am Ende genug, um ohne Probleme alle Batterien auf einmal zu kaufen. Also ja, ich bin auch eine ganze Weile lang... ...mit relativ wenig losgegangen. Bis ich dann... ...ausgefunden habe, oder verstanden habe... ...wie man die Batterien auch wieder auffüllt. Und... ...ja. Seitdem bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mal so ein bisschen Batterie habe. Vor allem ist... Oh, warte mal. Oh Gott, und das Sternstück kommt doch niemals ran, oder? Da bin ich doch... ...das ist doch ein halber Marathon, bis da hinten hin. Der ist da über alle Berge. Aber eigentlich hätte ich es schon gerne. Ich meine, ich habe mir zwar nicht zum Ziel gesetzt, alle Ausrüstungen aufzuwerten, aber... ...ja. Man soll ja nehmen, was man hat. Und wenn der Regen ja auch aufhören würde, dann könnte ich ja einfach ganz gemütlich hochklettern, aber... ...das Spiel gönnt es mir einfach nicht. Deswegen brauche ich definitiv ein weiteres Krötenteil. Oh, jetzt rutschen wir nochmal drei Meter. Oh. Ja, okay, das ist ja noch... ...das ist ja noch einen halben... ...halben Kilometer weg. Und leider habe ich ja auch nichts, um mich wieder zurück zu teleporten. Oh, was wäre denn... ...silberner Läune? Ja, ich glaube, das müssen wir einfach auch... ...müssen wir einfach jetzt eingestehen, dass hier... Oh. Dass wir das nicht kriegen. Was ja schade ist, aber... ...ich will auch hier vorankommen mit der Erkundung. Und mich nicht von allem abdenken lassen. Wie zum Beispiel so ein Sternteil. Wir sind dauernd, wenn ich irgendwo runtergesprungen bin, direkt neben der Sternenschnuppe runtergefallen. Sodass ich sie noch im Flug aufsammeln konnte. Was sieht das bei dir auch? Also ich glaube, mir ist es bis jetzt zweimal passiert, dass... ...als ich dann runtergesprungen bin, dass dann eine Sternenschnuppe mir quasi entgegengesprungen ist. Oder dass ich teilweise... ...ja, dass die im Hintergrund runtergekommen ist und ich habe nicht darauf geachtet. Also ich habe auch schon einige Sternenschnuppe verpasst, aber... Naja, man muss ja auch ein bisschen Prioritäten setzen. Entweder man geht für die Sternenschnuppen, sichert sich damit so ein paar Upgrades. Also wenn es doch so ist, denn wie in BOTW. ...dass du damit quasi dann das aufwerten kannst. Oder, ja, man setzt Priorität einfach aufs Sammeln. Also aufs Erkunden, so, nicht sammeln. Okay, hier haben wir noch was, was wir uns mal anschauen können. Ja gut, hier weiß ich es jetzt tatsächlich nicht. Also wir können hier nochmal gucken, weil es sieht wie aus wie so eine Überquerung. Oh, hier ist sogar ein Krok. Sehr schön. Da sage ich doch nicht nein zu. Jetzt muss ich den Spinner aber noch finden. Ah, muss ich auf den Baum, oder? Man schießt da mehr Blitzpfeilen. In BOTW hatte ich fast nie welche. Dafür habe ich fast alle abgebrochen. Da habe ich fast alles abgebrochen und habe mir, haben sie mir geholt. Hier waren sie mir fast egal, weil ich ja dauernd welche bekommen habe. Ja, ich weiß, dass sie in BOTW wirklich so selten waren. Oh, warte mal, ich habe ja auch jetzt gerade meinen. Ja, ich weiß, dass sie in BOTW wirklich sehr selten waren. Ich sage, ich habe auch Videos und Let's Plays zu dem Spiel gesehen. Und ich glaube, dann hat man auch immer so einen kleinen Trick gehabt dafür. Dass man irgendwie, was war das, glaube ich, beim Campfeuer die ganze Zeit immer den Tag gewechselt hat. In der Hoffnung, dass die irgendwann mal runterkommt. Also ganz seltsam. Ja, man konnte es forcen. Ähm. So. Das wird's eigentlich nicht gewollt. Das arme Pferd. Oh, nee. Das ist halt sehr traurig. Ernüchternd. Schon fast. Hm. Hm. Schade. So, mal nochmal eine Elb-Lasspuppe. Wir sind sehr gestorben. Wir haben auch leider keine Überfallwaffe mehr. Aber ich glaube, ich kann das mal nehmen. Schade. Ja, komm. Mars ist fortregelnd den Rest. So, meine Gefährten haben schon mal die anderen Beine erledigt. Sehr schön. Gut. Ja, hier unten ist, glaube ich, nichts, oder? Kein Schatz. War wahrscheinlich wieder oben irgendwo. So. So, gehe ich mal da hin. Oder auch nicht. Tatsächlich bin ich mir aber nicht sicher, ob ich hier schon mal gewesen bin. Na komm. So. Machst du es hier schon? Ne, eins geht's noch hoch. Haben wir da? Pumpen. Das klingt mir nicht so wirklich. Dafür wäre der Pfad des Helden gut. Hm. Stachelkugelhammer. Na ja, schön. Oh Gott, da sind ja sehr viele Bomben. Oben drauf ist nichts. Ein Kroggy-Krock-Bärt. Ne. Gut, da haben wir den Spaß auch erkundet. Auf dem kleinen Ruinenbereich fahren wir. So, jetzt schauen wir mal. Hm. Hier würde ich noch ein bisschen hin wollen. Ja gut, was der Zedity im Fluss ist, das weiß ich nicht. War eigentlich in dem Damm? Ne, ich glaube, da war auch nichts. Eigentlich müsste ich mir auch mal den Fluss anschauen. Kennst du noch, äh, kennst du den noch aus BRTW? Habe mich in THTK sehr genervt, ihn nicht zu haben. Habe den da von Anfang an viel benutzt. Hm. Das sagt mir tatsächlich gar nichts, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass irgendwie so eine, dass mein DLC dazu kam, wo du dann, ähm, quasi mit nichts dich dann hochkämpfen musstest. In bestimmten Bereichen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das war. Aber, ich sag mir tatsächlich gerade gar nichts. Ich bin sowieso gespannt, ob sie wirklich mit der Aussage bleiben, dass THTK keine DLCs bekommt. Weil es quasi an sich schon fertig ist. Oder ob da wirklich noch was kommt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da nichts kommt, aber... Wenn die Entwickler natürlich sagen, das Spiel ist so, ist perfekt so, wie es ist, dann muss man da wohl mit leben. Oh Gott. Ja, das war DLC-Inhalt. Da hat man auf der Minimap einen Pfad gesehen, wo man bereits lang gelaufen ist. Ah, doch, stimmt. Oh, den. Doch, doch, ja, jetzt, genau. Jetzt, wo du es erwähnst, stimmt, den gab es auch. Ja, der wäre hier in dem Spiel tatsächlich auch relativ hilfreich gewesen. Weil man einfach weiß, wo man schon war und wo man halt noch nicht war. So, jetzt müssen wir mal hier drunter schauen. Was hatten wir hier? Achso, da war der Krog. Richtig, ja. Hä, warum wird er mir aber nicht angezeigt? Da war das überhaupt die Höhle mit dem Krog? Ich glaube, es war eine andere Höhle. Und ich habe es nur komplett... ...drefeinander gebracht. Eigentlich hatten wir auch... Es kann sein, dass es hier war. Ach, ne, hier war es. Hier. Ja, gut, ich würde sagen, wir gehen aber jetzt hier wieder hoch. Damit wir uns den Schrein holen können. Wir haben nicht gesagt, dass keiner kommt. Sondern nur, dass keiner geplant ist. Das haben sie auch zu anderen Spielen gesagt. Und dann kam... ...sie doch noch. Nintendo darf sich halt... ...nicht... ...nicht... So. Nintendo darf sich... ...nicht so was helfen. Deswegen... ...würde ich die Hoffnung für den DLC nicht aufgeben. Also ich... ...ich sag mal so. Es wäre definitiv... ...äh... ...rein von der... ...vom... ...vom... ...vom Marketing her... ...sinnvoll dann DLC zu machen. Weil... ...das Spiel war ja damals schon krass gehypt. ...und... ...wär man da jetzt nicht mehr noch zu macht... ...wäre jetzt verschwendetes Potenzial. Äußert wollte ich sagen, statt helfen. Sorry, alles gut. Ähm... ...tja... ...also diese... ...die Mauer ist ein bisschen hoch, muss ich sagen. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Weil... ...mit Regen komme ich da definitiv keinen Meter hoch. Was aber auch zu Nintendo passen würde. Stimmt schon. Ernsthaft? Ich habe aus der Luft kracht gefischt. Hat er eigentlich eine Kiste oder so? Nö. Also das ist komplett unwichtig für mich, ja. Sonst nichts. Generell, warum ist hier eigentlich... ...sind hier eigentlich die Viecher? Das sind nicht normalerweise irgendwelche... ...Indizien für... ...hast du vielleicht mal an, die Rutschmedizin? Tatsächlich nicht, nein. Ich glaube nicht. Ja, ihr könnt es ja irgendwie hier... ...versuchen. ... ... ... ... ... ... sich gleich zur brust genommen können natürlich versuchen mit dem einen kopf gewandt gewandt gemein gewandt und im zweiten klettersatz irgendwas zu bereichen die dinger sind eh seltsam haben nicht mal mehr leben als die federbeißer irgendwie haben die nicht so wirklichen sinn wahrscheinlich kommen nicht mal meter weit damit aber ich habe gedacht andere andere nach man es kann nicht sein ist der nächste beste weg ist halt wirklich hier einfach über das ist aber wieder so eine komische position für ein schrein generell finde ich manchmal die schreien platzierung sehr seltsam teilweise hat man wirklich viele nebeneinander und dann irgendwie gar keinen mehr dann holen wir uns den halt bin aber erstmal im log wünsche dir noch viel spaß hier und und mach nur also ich weiß nicht ob es jetzt einfach an den zora bereich liegt dass so viel regnet das ist schon ein bisschen sehr anstrengend vor allem wenn man halt klettern möchte naja machst du halt nichts so ist das manchmal wenn meine kopfmaske nehmen ich finde es auch mal schön wie es teilweise regnet obwohl gar kein wetter angezeigt wird aber naja der wetter umschwung ne ist ja wie im richtigen leben man kann sich das wetter nicht aussuchen okay dann drehen wir noch mal ein bisschen ein hier und dann sind wir glaube ich eigentlich grob fertig mit dem gebiet ich meine wir haben den bereich so ein bisschen erkundet den hier da waren wir und dann können sie ja natürlich gucken ob man sich noch den den ein oder anderen kock holt aber ich glaube danach würde ich sogar sagen schauen wir uns vielleicht noch mal im untergrund um wenn ich eine ganz komische position für den schreien aber gut sei es drum auf windes schwingen gut ich sehe hier wir können uns aber den holen dabei die den kugel drauf setzen jetzt frage ich mich aber warum ist denn hier eine treppe ganz schön weit runter hast du damit hier das singen abfangen oder wie hm da hab ich auch keinen sinn in meinem entdeck muss ja eigentlich nur die kugel rüber da komm gib gas so Okay, dann geht die nächste Luga auf. Hier haben wir ein bisschen Luftströme. Und sehr viele Wege. Und zusätzlich haben wir hier noch... eine Kiste. Die war wir am besten erreichen. Weiß es nicht. Kann ich so einen Windstrom nehmen? So. So, war jetzt einfacher als gedacht. Mächtiges Sonar in dem Ganzen. Mit dem echt schlechten Attribut dran. Aber gut. Sei es drum. Haben wir alles in der Kirche? Ja, haben wir. Okay. So, und was ist jetzt die Schwierigkeit davon? Die Schwierigkeit ist doch eigentlich nur rüberkommen, oder nicht? Oh Gott, wir sind ja so schwer. Ja gut, deswegen sollen wir wahrscheinlich einen Ventilator nehmen. Wobei, der uns auch nicht verhilft. Hm. Jetzt bin ich auch ein bisschen verwirrt. Ich meine, das gibt uns jetzt ein bisschen mehr Turbo. Was war es halt auch? Oh. Ja, wobei, da fliegt es halt mehr gerade. Und sinkt nicht. Ja, das ist schon praktisch. Das ist ja mal ein Sturzflug. Nice. Wie haben wir jetzt eigentlich? Sieben müssen wir, glaube ich, haben, oder? Sieben oder acht sogar vielleicht schon. Oh Gott. Sechs nur. Na gut. Doch weniger als gedacht. Hiebt ja alles nichts. Eigentlich, hm. Eigentlich müssten wir hier uns noch umschauen. Oh, warte mal. So. Komm ich? Dachte ich mir irgendwie schon, dass das nichts wird. Ach komm. Ich meine, jetzt hat zumindest der Regen aufgehört. Jetzt können wir zumindest versuchen, so ein bisschen klettern zu können. Oh. Alrighty. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Und ich war eigentlich zum Wasser. Weg mit mir auch noch mal ein Bild zu verschaffen, ob es sich lohnt. Gut. Da läuft jetzt ein weißer Spinner rum. Hoffentlich nicht in meine Richtung. Um gleich in Alarmbereitschaft zu sein. Ich hatte hier aber auch ganz schön über Stock und Stein, ne? Um jeglichen Gefahren auszuweichen. So, Ziel ist, äh, beziehungsweise, äh, Plan ist jetzt eigentlich, ich meine, wir sind jetzt mit dem Gebiet grob fertig. So, eigentlich dürfte uns jetzt nur noch die Crocs fehlen, die sie hier irgendwo aufhalten. Ich möchte mal hier nochmal kurz luschern, ob hier irgendwo ein Croc ist. Aber ich glaube nicht. Aber geht's da rein? Hm, man will ja alle Eventualitäten durchgehen. Ja, genau. Oberkörper Freilink, ist klar. Naja, da ist nichts. Als Festland komme ich auch nicht mehr. Okay. Boah. Aber wie gehen wir am besten vor hier? Also wir können halt jetzt von hier wieder so ein bisschen gucken. Also ich würde fast sagen, wir gehen einfach hier wieder lang und machen da die Spaß. das Zeug. Was tun wir einfach mal? Was soll passieren? Schauen wir mal, wie wir vorankommen. Wir gehen einfach mal von Pflanze zu Pflanze und schauen, was wir finden. falls wir was finden. Wenn nicht, dann ist es so. Aber in jedem Fall werden wir wahrscheinlich wieder irgendwelche Giga-Verstecke sehen. Wie hoch kann ich nie eigentlich? Das ist schon. Ah, ist sicher wieder was. Es ist wirklich wichtig, dass man hier auch eine Lampe dabei hat, ne? Äh. Da haben wir ein Jägerversteck. Das ist aber ein riesengroßes. Das ist aber ein riesengroßes. Das ist doch sowieso basic. Komm. Oh, shit. Ist leider noch nicht gereicht. hier ist wieder notiz so bauteile sind hier und da und zwar recht oft zu finden an der baufläche sind sie jedoch ausgesprochen rar und kostbar nur das dorf tabu rasa stellt eine ausnahme da dort sollen viele detaile vom himmel fallen ob darunter auch varianten sind die wir noch gar nicht kennen wir müssen sofort eine beobachtungstruppe losschicken was mag nur die bewegnis bewandtnis dafür sein dass ein tabu rasa so reich mit den kostbaren stücken gesegnet ist sehr eigenartig um kann aber auf der karte gucken hier ist tabu rasa ja gut im himmel ist natürlich eine ding aber sonst steuer nichts dann holen wir uns mal das bauwerk das war eine weitere folge the legend of zelda tears of the kingdom ich hoffe es hat euch gefallen dann schaut gerne in den anderen projekten rein oder seid beim nächsten stream dabei das war's von mir bye